Solche kritischen Lebensereignisse, die aber auch im Rahmen anderer psychischer Störungen beobachtet werden können, können sich prägend auf das ganze weitere Leben dieser Personen auswirken. Hierbei kann es um Belastungen gehen wie zum Beispiel Trennung und Scheidung der Eltern, ständige Streitigkeiten zwischen den Eltern, Tod eines geliebten Elternteils oder einer anderen nahestehenden Bezugsperson. Erfahrungen körperlicher Gewalt in der Familie, schwerer Krankheitsverlauf einer nahestehenden und geliebten Bezugsperson, häufige Umzüge und somit der Verlust der häuslichen Geborgenheit, materielle Not, schwere Krankheiten als Kind, die unter Umständen auch mit langen Klinikaufenthalten verbunden waren, Häufige Fehlstunden in der Schule und andauerndes Mobbing von anderen Schulkindern, ständig schlechte schulische Leistungen und kaum positive Lernerfahrungen, überängstliche Eltern. Sehr viele Menschen mit einer generalisierten Angststörung haben schon als kleine Kinder unsicher vermeidende Bindungen in der Familie erlebt. Die Betroffenen leiden unter der fehlenden Geborgenheit und verlieren infolgedessen das Vertrauen in stabile und verlässliche Beziehungen zu sich selbst, aber auch zu anderen. Sie haben viel schneller viel größere Angst als andere Menschen und fürchten sich immer vor der Bedrohung ihrer Sicherheit und Geborgenheit. Wenn diese Menschen nun auch unzuverlässige und unkontrollierbare soziale Beziehungen erfahren, verstärkt das die negative Weltsicht nur noch mehr. Es verfestigt sich mehr und mehr das Grundgefühl, dass bevorstehende Lebenssituationen weder bewältigt noch gut unter Kontrolle gebracht werden können. Doch nicht nur eine Familienatmosphäre, die wenig Vertrauen, Geborgenheit und Halt bietet, ist problematisch, sondern auch eine überbehütete Erziehung, in den meisten Fällen von Seiten der Mutter. Auch Väter können jedoch der überbehütete Part sein und somit die eigene Handlungsfähigkeit der Kinder untergraben. Die Betroffenen fühlen sich in vielen Lebenssituationen unsicher und das von klein auf.